so so da bin ich wieder spiel startet sofort mein pc hatte bloß gerade ein kleines problem gehabt weil es jetzt nicht akzeptieren wollte dass ich mir kurz aufgehängt so ihr kriegt sofort wieder bild was ich immer noch 160 leute glaube ich will zweist wieder warteliste so und er geht zu meiner genau zu kein 3 4 5 Chh Und Lute 21. Ah, das ist glaube ich der nächste Zuschauer. Ach, der zieht sich schon wieder auf den Wimpel. So, dann lass ich das mal. So, und wieder da. Oh, da geht die Tür. So, ich hoffe, dass ich jetzt Besuch schaffe. Bin ich schon wieder ein bisschen abnivellt. So. 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 Oh je, nicht so schnell. So. Oh, da geht die schöne Tour in England, im Vereinigten Königreich. So. 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 So, gucken wir mal, dass heute noch ein bisschen mein Zielort schaffen, den ich mir gesetzt habe, an der Stadt, wo ich noch nicht war, dann möchte ich nach einer Schicht und Schacht für heute mitfahren, warum der PC abgenibbelt ist. Ne, ist das nervig, kackt mir den PC ab. Guck mal, ob mein Lenker wieder ein Update braucht, bis es daher kommt. Guck mal, ich hatte irgendwie einen Schaden bekommen, weil, was steht das denn? 2% LKW, 2% LKW, 2% LKW, was geht. Gott sei Dank nicht viel Schaden. Damit kann ich ja wieder Gas geben. Ui. Und herzlich willkommen an meine Zuschauer. Ich hoffe, dass ich hier PC neu starten musste. Ja, aber ich habe irgendwie extra Zeit, dass es gleich weiter geht mit dem Fahren. So. 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 Das ist gut, das ist schön. 0,22, danke! 1. 2. 1. Der Motor ist auf der Straße. 8. Nämlich! 5. 1. 1. 2. 1. wo ich hinfahre ist bring mir ein gehr oder wie der bekloppte ort in england auch immer heißen mag ich habe das nicht so mit den orten springing camp da geht es mir die erste tour also die tour jetzt hin und kalise also hier oben der ort der dann auch grau ist das ist eigentlich mein ziel wo ich heute auf jeden fall noch hinschaffen will wenn mein pc mitmacht wenn er mich nicht schon wieder arbeiten will schön dass du eingeschalten hast und wenn es dir gefällt kannst du gerne einen daumen da leiten und ein abo wenn du möchtest ich schaue mich gerade wieder oh da mache ich noch eine tankstelle die habe ich hier noch gar nicht da kann ich mir einfach mal so ganz wunderbare tanken Alta wie sind die Irrtanlinien für Spritpreise ähm Convoy könnten wir morgen früh machen weil ich heute schon ein bisschen länger unterwegs war und Sven hat mich gefragt ob man dann nach einer Runde RB spielen ich muss ja dann gucken wo ich Sven irgendwo rumsteckt weil wir ja morgen gerne eine Runde Sonntagscafé machen wollen dann müsste ich gucken wo rumsteckt dann muss ich mal mit Sven reden aber wir sind gerade in unterschiedlichen Räumen im TS aber deswegen können wir ja gerade nicht miteinander reden weil wir fahren unterschiedliche Strecken Sven es gibt irgendwo Polen und Russland da hinten unterwegs und ich bin im Vereinigten Königreich gerade unterwegs da hab ich schon was freifahren das Ding nicht vergessen das Ding nicht vergessen wo man ausgeschlafen ist ich fahre auf jeden Fall ab morgen will ich gucken dass ich so gegen die elfte Stunde dann auf Autobahn unterwegs bin oder der Blinker und Lü 23 danke okay 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 Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, ja, ja. Oh, die hele flinkart jetzt. Oh, jee. jetzt wird sie nicht schon wieder abschmieren 14 die Feuerwehr mit Nachtschlangen Ups, das ist wirklich nicht zu schnell die Timo bekloppte Tempo limitiert ja, 48, ey mein Kollege gibt Gas Ui, der verdammt eine schöne Lok ich bin schon mal auf den Tank wenn ich das ist einfach Ups, da Ich will die deutsche Seite noch abbiegen. Ich hasse England. Und ein Moin an den neuen Zuschauer. Und ein Moin an. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist dann noch fies. Ey, das gibt's so echt nicht. Ich hab nix da auch, dass das fies. Ja, wenn da einer da ist, ja ey. Unfair. Alles nur nach da unten. Guck mal, ich fand da was nach oben. Ah, dahinter. Das ist da fies. Weiß ich heute. Muss ich mal gleich gucken, wenn ich so wieder hochkomme. Und dann komm ich schon. Oh, gehen wir nach oben. Oh, ja, ja, jetzt sowieso grad da oben bisschen rum. Oh, Loot 25. Danke. Um irgendwie dann zu meinem Ziel umzukommen. Oh, Licht an. Oh, jetzt. Oh, ja. 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 Oh, ja, wir kommen hier nach oben. Oh, ja. wenn ich jetzt hier abbreche, wenn ich dann halt da unten dann abbrechen muss, also länger jetzt, länger falls es wieder mockt, dann würde ich dann morgen dann halt gucken, dass die Jungen wieder hochkommen. Ich bin Vereinigtes Königreich, wo ich Sven gerade umreihe, also rumkurf, weiß ich gerade nicht, aus dem Gupf. Ist grün? Jo, kann ich wissen. Wo ist die Teilen? Ist irgendwann ein bisschen langweilig. Könnt man ja... Oh nee, nicht schon wieder hier. Ist zu fies. So. Auto-Batterien. Ne, Lkw-Batterien. Cool. Was ist Felgen jetzt? LKW-Batterien noch? Nö, ist gut. Oh, lol. Witzig, ich schlitz hier den Namen holen. Och, nö. Oh, nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Hör, ne, nö. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich kässe mal wieder. Löhne an die Dremse, ey. Löhne Ampelverfluchter. Jo, kann ich machen. Ich habe 273 Kilometer von mir. Vielleicht haben wir eine Tour da hoch in die kleine Ecke. Das war dann die Abschlusskurve heute. Wenn ich die kriege. Oh, wir haben sie schon. Jetzt 6 nach 10. Äh, nicht auf die falsche Spur. Wo nach hell wohin? So. Nöhn. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. 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 We're going to go ahead and have it. We're going to go ahead and have it. We're going to go ahead and have it. And the next one. Thank you. Number... Number 27. Thank you. Uh... It's great. Here's the number. Here we go. jetzt wenn ich mach doch nicht alles kaputt, ich mach es bloß halb kaputt, ganz kaputt mach ich es beim nächsten Mal, den schönen LKW, den schönen M1, wäre es jetzt, wäre das hier jetzt in Skagnie, den hätte ich schon längst auf die Leitbank gesetzt bei der nächsten Tankstelle gleich mal einen Kaffee holen oh da schabt es schon jemand, oh eh ich bin nicht bloß ruhig, der hat uns hier in Deutschland mehr da deswegen kannst du ruhig ein Däumchen da lassen, wenn du möchtest das ist schon eng ich glaube mit der weiteren Tour wird es wieder nichts mehr das ist schon genau so. Ich glaube es ist ein bisschen geblänt das ist ein bisschen geblänt aus von uns hier ich glaube es ist ein bisschen geblänt ja ich glaube es ist ein bisschen geblänt wie es gibt es nur eine gute Albert memories Warte mal, komm hier nicht mal ne Tank her, ist zu fies, wo man ne Tankstelle braucht, da kommt ja einer, können wir schnell mal den Kaffee holen, da kommt ja ein paar mal von den Kaffee raus. Ey, Bramsen, da gut. So bin gleich wieder da, bis gleich. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Okay. 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 Nervt gerade. Da hab ich doch weh. Wie sinds hier auf weh eigentlich nix? Ich glaub da sinds nix auf weh hier. Nervt gerade. Ernsthaft? Ernsthaft? Ernsthaft jetzt. Ernsthaft? Äh joh. Ich hab da keine Feststellung von da. Hey. Ich freu mich bis wie es wenn das macht, wenn das bei denen das spinnt. Neck mich doch um Arsch. Neck mich doch um Arsch. Neck mich doch um Arsch. Gezahmne. Neck mich doch um Arsch zu verabschiedern. Neck mich doch um Arsch. Wenn ich jetzt den Kart rein mache, dann kippt mir das Spiel ab. Und so was das aufhört. Sicherung speichern. Was ist das? Was ist das? Das ist das Lenkradkabel. Und schnaufe. Ach na. Da ist es mal. Oh, nö, oder? Ne, der trifft jetzt, oder? Dreh dich, mach Bing, und dann besser aus. Ja, das war's. Erstmal jetzt sehe ich schon wieder. Ich kann kratzen. Dann mach ich erstmal an der Stelle Schluss. Geht nicht weiter. Muss morgen die Tour zu reinfahren. Muss ich dann grad updaten. PC updaten. Ja, du. Das ist erstmal der Schlussbild. Der schöne M1 mit einem schönen Löwen drauf. Und dann würde ich sagen, dann bis morgen. Aber den Lützer ist schon so kurz durchlaufen, der da grad kommt. Das ist grad'n bisschen nervig. Ich guck mal, ob ich... Das ist grad'n bisschen nervig. Tschau, bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau. Der schöne M1 mit. Das war nicht so gut, ich kann riesig ber Macht um 부분 zu verbessern.